Der Musikmanager spielt für den Künstler im Musikbusiness eine entscheidende Rolle für seine Karriere und für seine Karriereförderung, weshalb es eben auch wichtig ist, einen Managementvertrag abzuschließen, der wasserdicht ist und der für den Künstler aber eben auch nicht rechtlich nachteilhaft ist. Welche Punkte bei der Erstellung und bei der Verhandlung eines Managementvertrags wichtig sind, erörter ich in meinem Beitrag. Bis gleich. Hallo und guten Tag, mein Name ist David Gessner, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz in Berlin und wir vertreten als Kanzlei für Musikrecht seit vielen Jahren Künstler, Labelmanager und Produzenten bei allen Fragen des Musikrechts. Unter anderem ist der Managementvertrag dabei einer der wichtigsten Verträge, den wir sehr oft verhandelt haben, der für Künstler eben auch neben dem Vertrag mit Label oder Verlag besonders wichtig ist, weshalb wir jetzt hierzu einen extra YouTube-Beitrag machen wollten. Der Managementvertrag hat für den Künstler eine sehr hohe Relevanz, denn er möchte sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, möchte Musik machen und ist auch oft gar nicht in der Lage, irgendwelche organisatorischen oder rechtlichen Dinge zu klären, Verträge zu verhandeln, mit Booking-Firmen Kontakt aufzunehmen, Touren zu planen oder Werbeverträge mit Leuten zu schließen oder Sponsoring-Verträge an Land zu ziehen. Dafür gibt es den Künstlermanager, der über ein in der Regel großes Netzwerk in der Musikszene und auch Werbeszene verfügt und eben hier einen ganz wichtigen Baustein für den Künstler bei einer erfolgreichen Karriere darstellt. Doch was macht eigentlich ein Musikmanager, ein Künstlermanager? Was hat er für Aufgaben und warum ist er für den Künstler im Einzelnen so wichtig? Man muss hier sagen, wir haben sehr viele Managementverträge gesehen, auch Manager, die von großen Labels und Major Labels empfohlen wurden und mit denen auch zusammenarbeiten und über sehr viel Erfahrung verfügen und auch große Künstler betreuen. Es kommt ganz im Einzelfall darauf an, was denn die Managements für Aufgaben übernehmen möchten. Das kann anfangen von der Verhandlung von Verträgen, Korrespondenz mit dem Verlag und dem Label über das Marketing und die Ausrichtung des Künstlers. Die Ausrichtung des Künstlers ist ja sehr wichtig, das heißt man muss einen bestimmten Fokus haben, man kann nicht Wald- und Wiesenmusik spielen, man muss ja etwas verkörpern, eine Marke, ein Image und dafür ist der Manager da, diese Ausrichtung eben zu gestalten und zu erarbeiten und den Markt zu beobachten, die Zielgruppen auszuloten und dem Künstler insoweit beizustehen. Eine wichtige Aufgabe eines Künstlermanagements ist es unter anderem auch, Sponsoring und Werbeverträge an Land zu ziehen, denn man möchte gerade in der Zeit, wo man als Künstler angesagt ist, seinen Werbewert eben auch ausnutzen und bestmöglich verdienen. Das ist dann am Ende auch gut fürs Label, wenn zum Beispiel Werbepartner auch Interesse daran haben, aufgrund der Reichweite in Social Media zum Beispiel auch in Videos aufzutauchen und dort ihre Produkte zu platzieren oder eben auch, dass der Künstler in Social Media Beiträgen ganz gezielt die Produkte bewirbt. Das ist quasi ähnlich wie ein Influencer, wie man da agiert und je mehr Reichweite die Künstler haben, desto besser ist es eben auch für die Werbepartner und desto mehr Sponsoring-Verträge bekommt man als Künstler auch. Eine besonders wichtige Aufgabe eines Künstlermanagers ist es auch, wie gesagt, Verträge zu verhandeln. Man hat als Künstler eine Reihe von Verträgen, die man vorgelegt bekommt. Gerade in der Anfangsphase hat man zunächst einen Label-Vertrag, der sehr wichtig ist, auch bezüglich der Vorschüsse und Konditionen und der Rechteeinräumung. Man hat einen Verlagsvertrag, in der Regel den Autoren-Exklusiv-Vertrag zum Beispiel mit Sony ATV oder dergleichen oder mit Universal, wo man eben ganz genau aufpassen muss, was dort drinsteht, wie die Vertragslaufzeiten und die Modalitäten sind. Und der Manager muss eben dafür sorgen, auch gerne unter Zuhilfenahme eines spezialisierten Rechtsanwalts für Urheberrecht, sodass wir eben auch von Manager-Seite sehr oft beauftragt werden, solche Verträge für den Künstler zu erstellen und auch mit den Labels und Verlagen zu verhandeln. Hier muss der Manager auf jeden Fall sehr erfahren sein, dass er eben auch die finden in Verträgen sieht und nicht einfach den Künstler ins Messer laufen lässt. Gerade also bei Beginn der Karriere sind eine Reihe von wichtigen Verträgen zu prüfen und zu verhandeln, wo der Manager eine wichtige Rolle spielt. Später, wenn die Maschinerie dann für den Künstler schon am Laufen ist, das heißt, wenn er seine Songs produziert, ist es ganz wichtig, dass er eben dafür sorgt, im Rahmen seiner Verhandlungsvollmachten und anderen Vollmachten, dass Rechte geklärt werden. Denn zum Beispiel beim Bandübernahmevertrag muss ich eben dem Label Rechte einräumen und vorher eben auch die Rechte klären. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele unglückliche Geschichten erlebt, wo Manager eben nicht darauf geachtet haben, dass die Rechte für den Künstler geklärt wurden, bevor eben die Rechte an das Label übertragen wurden oder an den Verlag Urheberrechte übertragen wurden. Das heißt, man muss die Produzentenverträge schließen mit den künstlerischen Produzenten, man muss Urheberrechte klären, Tonträgerherstellerrechte klären und eben gerade Rechte an der Musikaufnahme klären, bevor man eben Rechte an Verlag und Label einräumt. Und hier ist eben das Management auch gefragt, dass es dort einwirkt und auch hier gute Verträge verhandelt. Beispielsweise haben wir etablierte Künstler vertreten, welche im Nachhinein hohe Lizenzbeteiligungen an Produzenten zahlen mussten, obwohl es viel günstiger gewesen wäre, hier Buyouts zu machen für die reine Produktion, nur ein Produktionsvieh an die künstlerischen Produzenten zu zahlen und eben GEMA-Beteiligung denen zuzugestehen. Und wenn man das eben nicht macht, dann können später die Produzenten an eine herantreten und sagen, ich hätte gern eine angemessene Lizenzbeteiligung und das kann dann eben pro Jahr mehrere tausend Euro bedeuten für den Künstler, wo er dann vielleicht schon gar keinen Vorschuss mehr vom Label oder Verlag zur Verfügung hat und sich dann verschuldet. Als Künstler, aber auch als Manager ist es wichtig zu wissen, um was für eine Rechtsnatur es sich beim Managementvertrag eigentlich handelt. Es handelt sich hier nicht um einen Werkvertrag, wo ein bestimmter Erfolg oder eine Vermittlungsleistung geschuldet wird, sondern um einen Dienstvertrag. Es sind Dienste höherer Art aufgrund einer besonderen Vertrauensstellung. Und hier muss man sagen, wenn ein Manager nicht gut arbeitet, dann wird man ihn nicht so schnell schadensersatzpflichtig machen können, wie zum Beispiel, wenn er jetzt ein Werk oder eine bestimmte Vermittlung oder eine Vertragsvermittlung schulden würde. Und das muss man als Künstler eben auch wissen, wenn es darum geht, einen Managementvertrag außerordentlich wegen schwerwiegender Pflichtverletzungen zu kündigen. So leicht ist das quasi nicht. Deshalb muss man genau aufpassen, an wen man sich hier bindet, wie lange man sich an ein Management bindet und möglicherweise auch schauen, wen betreut er denn schon? Hat er überhaupt Kapazität, mich zu betreuen? Hat er überhaupt Erfahrung und so weiter, bevor man so einen Vertrag hier blind unterschreibt? So ein Managementvertrag regelt natürlich wie andere Vertragsarten auch, nicht nur im Musikbusiness, sondern generell verschiedene Pflichten der Vertragsparteien. Die Pflichten des Künstlers sind vor allen Dingen, dass er immer nach außen anzeigt, dass er ein Management hat und nicht ohne das Management irgendwelche Verträge abschließt und agiert, dass er sich auch an Verträge hält, die möglicherweise der Manager im Rahmen seiner Abschluss- und Verhandlungsvollmacht verhandelt und abgeschlossen hat für den Künstler, damit der Künstler nicht gegen den Managementvertrag verstößt. Es versteht sich natürlich auch von selbst, dass der Künstler nicht parallel noch einen anderen Manager beauftragen darf, es sei denn, es wird ganz eingegrenzt ein Managementvertrag geschlossen für bestimmte Aufgabenbereiche. Es gibt durchaus auch bekannte Künstler, welche verschiedene Manager haben, zum Beispiel ein Tourmanager und Bookingmanager und andere Manager, die wiederum andere Aufgaben wahrnehmen. Aber hier muss man genau auf den Vertrag schauen, was dort an Aufgabengebieten zugunsten des Managers eben geregelt ist. Natürlich hat auch der Manager Pflichten, er möchte ja auch einen Löwenanteil an den Erlösen haben, die der Künstler im Rahmen aller Verträge einnimmt, auch an Konzerten und so weiter, Label- und Verlagsverträgen und auch anderen Verträgen. Er bekommt in der Regel einen Anteil von 15 bis 20 Prozent. Das hat sich so etabliert und dafür muss der Manager natürlich auch einiges tun. Man muss aber sagen, dass viele Managementverträge auch mit größeren Managern recht lose und lax und auslegungsfähig formuliert sind. Das heißt, dort sind ganz oft nur Aufgaben und keine Pflichten aufgeführt. Da sollte man darauf achten, dass da eben wirklich auch Pflichten stehen und nicht irgendwelche generellen Aufgaben. Pflichten sollten eben unter anderem sein, dass er die Karriere fördert und dann sollte man explizit eben dort auch Pflichten aufzählen konkret, damit später der Manager nicht sagen kann, es sind doch hier nur Aufgaben und wie genau die ausgestaltet sind, steht er da gar nicht drin. Also aus Künstlersicht ist es eben ganz wichtig, dass damit der Manager nicht nur verdient, eben dort konkrete Verpflichtungen drinstehen. Zu den typischen Pflichten des Managements gehört es zum Beispiel, Verträge mit Labels und Verlagen anzubahnen, zu verhandeln und dann auch zu einem Abschluss zu bringen. Das ist natürlich das Kerngeschäft von Managern oder aber wenn es um Vertragsverlängerungen geht und das Aushandeln der Konditionen, zum Beispiel wenn man vorher einen Bandübernahmenvertrag mit einem Label hatte, aber jetzt später nur noch einen Vertriebsvertrag möchte, weil man eben über die Zeit jetzt auch ein eigenes Netzwerk gearbeitet hat und am Ende mehr vom Kuchen abhaben möchte, dann versucht man natürlich jetzt einen Vertriebsvertrag abzuschließen, wo am Ende viel mehr an den Erlösen für den Künstler übrig bleibt. Zu den weiteren Aufgaben eines Managers gehört es dann natürlich auch Termine zu koordinieren, auch Radiotermine, Interviews oder mit Werbepartnern irgendwelche Drehs, Akquise zu machen, und so weiter und letztlich dann auch die Marke des Künstlers zu etablieren und auszubauen. Als Künstler muss man immer aufpassen, was da genau im Vertrag steht, denn wenn man schon dem Manager zum Beispiel 20 Prozent vom Kuchen abgibt, aber dort im Vertrag steht, dass viele Aufgabenbereiche ausgelagert sind, wo sich der Manager ohne Zustimmung des Künstlers anderer Erfüllungsgehilfen bedienen kann, die wiederum Geld kosten, dann ist es für den Künstler nicht so gut. Das heißt, je mehr der Manager wirklich selber übernehmen kann und was nicht extra kostet für den Künstler, desto besser. Das Thema Vollmachten ist im Rahmen eines Managementvertrags ein sehr wichtiges Thema, was auch aus Künstlersicht nicht überlesen werden sollte, weshalb man eben auch bei jedem Managementvertrag einen spezialisierten Rechtsanwalt für Musikrecht, meistens sind das Fachanwälte für Urheberrecht, hinzuziehen sollte. Denn der Managementvertrag ist, wie eingangs erwähnt, neben dem Verlags- oder Labelvertrag eigentlich der wichtigste Vertrag, der eben auch schwerwiegende Auswirkungen haben kann. Denn fördert einen der Manager nicht genug, dann hängt man im Vertrag fest und kann nicht mit einem neuen Management agieren und gibt eigentlich nur die ganze Zeit Geld ab, ohne dass man in seiner Karriere gefördert wird. Bei den Vollmachten muss man differenzieren zwischen der Verhandlungsvollmacht, der Abschlussvollmacht und der Inkassovollmacht, was natürlich ein Management immer braucht, damit er für den Künstler überhaupt irgendwas machen kann, ist die Verhandlungsvollmacht. Die ist für den Künstler auch unschädlich, denn der Vertrag wurde ja dann noch nicht abgeschlossen und der Künstler kann am Ende noch die Hand draufhalten und sagen, ich möchte diesen Vertrag nicht, ich möchte jeden Vertrag nicht oder ich möchte hier noch mitwirken. Das heißt, die ist eigentlich unabdingbar im Rahmen eines Managementvertrags. Die Abschlussvollmacht ist sehr kritisch zu bewerten. Hier haben wir auch schon sehr negative Erfahrungen erleben können, zulasten der Künstler. Das heißt, wenn ein Manager einfach hinter dem Rücken für den Künstler die ganze Zeit nachteilige Verträge abschließt, dann kann es am Ende das K.O. für den Künstler sein und wenn dann noch Auskunftspflichten des Managers eben verletzt werden und man nicht regelmäßig darüber in Kenntnis gesetzt wird, welche Art von Verträgen abgeschlossen wurde, dann ist das besonders kritisch zu beurteilen. Fast noch kritischer als die Abschlussvollmacht ist die Inkassovollmacht. In vielen Fällen räumen Künstler, die gerade Newcomer sind und euphorisch sind, den Managern, die viel versprechen, also das heißt nicht, dass alle Manager schlecht sind oder nicht vertrauenswürdig, räumen eine Inkassovollmacht ein. Das heißt, der Manager kann für den Künstler Forderungen einziehen und erstmal für sich beanspruchen und seine eigenen Anteile vom Kuchen davon abziehen. Das ist ein legitimes Interesse auf Seiten des Managements durchaus, aber wir vertreten halt vor allen Dingen Künstler, welche dadurch oft Schaden genommen haben, einfach weil Manager das Geld dann einbehalten, keine vernünftige Auskunft geben und das Geld eben nicht transparent dort landet, wo es sollte. Und dann kann man eben nur aufwendig über die Ausübung von Buchprüfungsrechten, die man auch unbedingt in einem Managementvertrag mit aufnehmen sollte, herausfinden, ob einem noch Geld zusteht oder nicht. Aus anwaltlicher Sicht empfehlen wir den Künstlern daher in der Regel auf eine Inkassovollmacht zugunsten des Managements zu verzichten, damit man eben die Gelder selber einzieht und dann eben dem Manager den Anteil abgibt, damit man immer die volle Kontrolle über die Finanzen hat. Bei der Vergütung ist es so, wie eingangs erwähnt, dass sich prozentuale Sätze von 15 bis 20 Prozent der Einnahme des Künstlers etabliert haben. Eher 20 Prozent muss man sagen, was auch grundsätzlich in Ordnung ist, wenn man einen guten Manager hat, der einen großen Mehrwert bietet. Hier muss man sagen, dass es auch eine sogenannte Sunset-Klause gibt, das heißt eine nachverträgliche Vergütung. Die sollte man als Künstler auch immer auf dem Schirm haben. Die ist in der Regel drei bis fünf Jahre länger, sollte sie auf keinen Fall sein, wo das Management nachvertraglich noch an den ganzen Erlösen mitverdient, weil er den Künstler aufgebaut hat und eben an den Erlösen auch noch partizipieren möchte. Aber hier kann man auch viel verhandeln, da sollte man eben auch vorsichtig sein, den Vertrag nicht blind unterschreiben, damit man hier möglichst auch geringe prozentuale Beteiligungen des Managements nachvertraglich regelt. Ein weiterer letzter wichtiger Punkt im Rahmen der Verhandlungen und Ausgestaltung eines Managementvertrags ist die Vertragslaufzeit. Wie eigentlich bei allen Verträgen im Musikbusiness sollte der Künstler möglichst flexibel bleiben und eine möglichst kurze Vertragslaufzeit vereinbaren. Also auf keinen Fall länger als fünf Jahre und da sind schon die Optionszeiträume, die das Management einseitig eben ziehen kann, schon mit inbegriffen. Das heißt, am besten ist es immer möglichst kurze Zeiträume und dann vielleicht mit einer Einjahresoption noch, aber je kürzer, desto besser, damit man als Künstler eben flexibel ist. In der Karriere kann viel passieren, sodass man vielleicht gar nicht so lange vertraglich gebunden sein möchte. Seid ihr Künstler, egal ob etablierte, erfolgreiche Künstler oder Newcomer am Anfang der Karriere und habt einen Managementvertrag vorgelegt bekommen, den ihr prüfen oder verhandeln lassen möchtet, dann sprecht uns gerne an. Als Fachanwälte für Urheberrecht sind wir sehr geübt in der Verhandlung und Gestaltung von Managementverträgen im Musikbusiness. Sprecht uns gerne an, nehmt Kontakt auf über meine Website www.rechtsanwalt-gestner-berlin.de, schreibt meine E-Mail, verwendet das Kontaktformular oder ruft einfach an. Ihr findet mich auch auf den Social Media Kanälen bei LinkedIn, Instagram und YouTube. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat. Ich freue mich. Bis bald.